Können wir werfen? Können wir werfen? Ja lass werfen unten komm Ja lass werfen Du musst mir nur sagen von wo und ich muss die Lage kurz checken halt Was? Ach du Ich weiss nicht ob ich die IP treff bei dem IP Schuss Ja das weine ich ja Egal wir fliegen im Block und dann wird das schon Ok lass einfach werfen ok komm Ok Kommst du an? Haben wir auch getroffen bin auch da Schön Bitte komm Nein ich hab ihn auch nicht Ah Junge Ah fuck alter Digge ich hab EP getroffen bei EP Shows Junge Was? Oh mein Gott Was? Muskel trifft EP erstmal in die Clips Echt Wir haben Erster Deuce Deuce Ex Maximus Die sind aber krass die Gegner Ja Ja Deswegen lass nochmal Lass nochmal Dann lass mal rein Ohhhh Die Typen sind wirklich gut Ja weswegen sollten wir auch wissen Ich hab voll in die man gehört Standbild unterstrich L Woher kenn ich den? Ich hab's jetzt nicht gesehen Ich hab's jetzt nicht gesehen Ich hab's jetzt nicht gesehen Äh andere nochmal Kann ich rein? Äh ja Wir haben sie grad drunter gefallen Das glaub ich gefehlt Das lief nicht mehr Zieh gleich rein Jetzt kannst du Geht sie ziehen raus Zieh einfach weiter Oh Muskel Junge Darf ich durch? Äh War so klar Dass wir dich Antisanken würden schaffen Das hab ich noch nie gesehen Das hab ich noch nie gesehen Irgendwie machst du dir zu wenig Äh Mucki Ich hab viel zu viel Eisen Mucki komm hin Äh Ich mach ja ganz normal Das ist toll cool Mucki Luba Hä ich weiß nicht Irgendwas machen Pieken und Marco Oder haben die sich immer gemacht noch? Einen Kuchen oder so Keine Ahnung Auf ner Blöcke Einen Kuchen Wahrscheinlich Ja ich hab immer ein Eisen Äh weniger wenn Äh ein Eisen mehr Wenn Mucki und Replay das machen Wahrscheinlich machen wir einen Zweierschwert Nö Ach nie Kannst du dir sagen aber Glaube ich nicht Dann werden es ja zwei zu Nein das ist Achtung Dann hätte ich ja zwei zu viel Hab ihn Als ob die oben haben Obwohl einer gefilcht Da kommt der andere Da kommt der noch Ja süß Runter gefallen Ich sag nicht Ja nicht Da kommt der zwei Ja Ja okay dann stehe ich hier oder Keckumio Achtung schnapp ich sie genau Wenn ich's hier durch Dann Ähm Web dich nur Ich sag wenn ich webst dann webst du dich Ich kann man so viel Glück haben Ah okay wir sind alle down Wie Wie kann man so viel Glück haben Ich schnock den Der Fleck Und dann Ok mach mehr Liga Ich brauche das man so scheiße viel Glück haben. Achtung. 110er. Es blieft er mich, es blieft er mich nicht an. Hab den Eindauern, ich hab um, ich hab um. Ja, geht hoch, geht hoch. Digga, wer ist wieder der King, Junge? Ich geh. King of the Match. Auf. Der Boom von dem kommt halt hoch. Der Akki. Nein. Also soll ich einfach hoch? Du musst schneller, du musst schneller kommen, viel schneller. Ja, komm hoch. Ja, stimmt, ich mach erstmal schnell. Erstmal den Zahn zulegen. Erstmal Speed anmachen. Schieß den Bogen ab, schieß den Bogen ab, der geht gleich über mir. Ich hab halt, dieser Stammbild älter. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, ihr müsst hochkommen jetzt. Ja, wir kommen ja alle. Ihr müsst mit Speed hochkommen. Hat der Bogen Shots? Nein. Wir sind gleich alle da. Ich muss gleich drauf, ich muss gleich drauf. Du kannst auf die zweiten Onikus da gehen. Wir sind eigentlich schon relativ da oben. Wir sind jetzt am Knick. Du kannst. Ah, er hat mich am Knick getroffen. Bow, ein Shot. Bis down, Bow, ein Shot. Äh, ein Down und irgendwie hat noch Hits irgendwer. Krieg dir. Akk, race down. Gib mir ein bisschen. Ja, Akk, bow down, bow down. Schön, 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 nice. Ein Shot. Ja. Wie ich jetzt oben war. Ja, Digga, ich hab gecarried die wieder. Ja. Der FCW Carry, Junge. Ja. Ja. Ja, ich hab meine Einflusswäcker alles geregelt. Der Slow Shot, eh. Na ja. Der hat Müllis uns einen Shot. Eben hat er Müllis uns einen, ey. Na ja, dann mach Mucki geh hoch. Wie viele Blöcke hast du Mucki? Äh, wenn wir jetzt oben haben, haben wir Schöpfung. Machst du den OP-Weg oder Bow-Weg? Sie machen Second Bow. Äh, Bow-Weg. Second Bow. Okay, ich hab auch viele Blöcke, dann mach ich OP-Weg. Ja, komm, erst mal. Hab einen Ball. Bo, ein Shot. Oder halt Wornstick breit ziehen, die jetzt hochkommen. Ach stimmt, wir haben gar nicht breit. Und doch, der ist breit, oder? Ich weiß nicht. Ja, ja, aber nicht komplett. Du musst den ein... Okay. Ich schieße nicht mal, weil ich 6 Herzen habe. Da kreist du locker noch zusammen mit 6 Herzen. Ja, okay, ich hab jetzt 3. Darf ich doch? Wie sollst du schießen? Ja, wenn ich Prevent auf mich... Kommt der Second Bow? Nee. Wird nur gespermt. Oh, lol. Dann kann ich doch kein OP-Weg ziehen. Ja, ey. Du musst den Wadlisch machen. Ja. Oder wir machen es so richtig... Wie es Pieken immer auch. Wie viel Blöcke hast du? Wie viel Blöcke hast du? Von 200 auf 100 ist... Wie viel Blöcke hast du? Bring. Komm, lass machen, lass machen. Bau einen Shot. Ja, mach du dann. Okay. Ja, einer müsste sofort gehen. Ich bin... Ach, Alex. Das war's wieder komplett. Ach, Schmerz. Das brennt, Alda. Wir müssen jetzt ein Bild ausfassen. Darf ich, darf ich, darf ich. Bitte. Wo willst du? Ja, ey. Auf den Bogen. Wem hier hin, bitte. 10 mal OP-Weg mucken. Okay, die müssen... Ja, ja, mach ich grad. Die müssen jetzt schon WDF machen. Und machen sie nicht, oder? Beispiel. Die brauchen zumindest schon was drauf. Dann lass MLG'en gleich. Double MLG. Duel Links. Duel Links. Duel Links. Warum bist du denn drauf? 1 MLG? Ja, weil er 1 HIT ist. Nein, nein, nein. Gar kein MLG. Wo bist du, wo bist du gerade? Äh, ich geh 1 HIT grad hoch. Ah, okay. Kommt ihr klar, kommt ihr klar. Kommt ihr klar. Schnapp ich's am Arsch, schnapp ich's am Arsch. Schnapp ich's am Arsch. Schnapp ich's geh hoch. Drei Leute zu frei. Lebt der 2nd Bogen noch? Ja, aber dieser Acki ist so hart ohne. Warte. Ich muss erstmal den Lager. Ist der da, ist der da in dieser Höhle drinnen? Ja. Ja, der ist wahrscheinlich nicht los. Richard gibt mir Blöcke, ich hab keine Blöcke. Die bauen durch. Er bekommt keinen Knockback. Achtung, Achtung, Achtung. Alles gut, alles gut. Bogen ist fast down, Bogen ist down. Schön, 2 down, 2 down, 2 down. Schnapp ich's lebst du? Ja. Okay, alle down, alle down, außer Bogen. Ja, Bogen ist fast down. Ich weiß nicht was die gemacht haben, warum sind die so komisch durchgerannt? Was für Bogen ist fast down. Fast down, der Schalker hat fast knocked. Der war gerade eben ein bisschen an safe. Darf ich Blöcke wenigstens machen? Ja, ich muss schauen ob ich welche übrig hab. Von 200 auf 100 ist, äh springen. Hab ich richtig gehört oder nicht? Naja. Okay, eher nicht. Sie gehen auch immer hoch. Wenn du's nicht schaffst, mach n' Apple Clash. Aber ne, die müssen weg. Danke für die Blöcke. Ich mein, ich war One-Shot. Ich kriege mit dem ab. Ja, hab ich's. Ach, wenn man der King ist. Ey, der ist so lucky, dieser Typ noch ohne Wiff. Der Noah OG. Oder wer ist das? Ne, Nauru OG. Muskel, brauchst du BDF? Äh, ich bin grad am Fighten gegen Nauru OG. Hab ihn. Ja, hab ihn, hab ihn. Alle down außer der Bogen. Warum soll ich BDF machen? Wir bauen gar kein BDF. Ja, wegen Monster GP. Ne, das ist der Bogen oder? Der hat keinen EP. Nein, ich hab Blöden. Ja, ja, ja. Ich hab Blöden, glaub ich. Ich hab Blöden, glaub ich. Ah, schön. GG, Alter. Nein, Muskel, auch der Warte raus. Hm. Hm.